Hallo zum 11. Blockchain-Espresso, heute die letzten zwölf mit Sergei. Hallo Sergei. Hallo zusammen. Wir haben fünf Fragen, die wir immer unseren Gästen stellen. Dein Krypto-Beitrag in den letzten zwölf Monaten, was hast du da Positives für Krypto geleistet, deiner Meinung nach? Also, wie die meisten vielleicht kennen, ich bin der Co-Founder von One-Inch und ich arbeite ziemlich eng mit den sehr vielen Teams, die da sind, die One-Inch weiterentwickeln. Und ich springe eigentlich zwischen den Teams hin und her, unterstütze die, wo ich kann. Manchmal schreibe ich Algorithmen, zum Beispiel wurde letztes Jahr ein Upgrade von dem Algorithmen veröffentlicht für die Aggregierung von den Swaps. Wenn man einen Token gegen den anderen tauschen möchte, da wurden die Marken-Dabs eingeführt. Das heißt, wenn man zum Beispiel 1.000 Ethereum tauscht gegen USDC oder Tether, dass da in der Transaktion zum Beispiel gegen Bitcoin geswappt wird, getauscht wird, gegen andere Markets. Und im Manifact kommt man dann zum Schluss, zu einem N-Token, zum Beispiel USDC oder Tether. Das ist so ähnlich wie bei der Navigation von Google zum Beispiel, von Punkt A zu Punkt B, nur halt viel, viel komplexer. Das habe ich auf der Couch von meiner Schwester entwickelt und meinen Jungs übergeben zur Optimierung. Die haben es geschafft, von einer Sekunde Antwortzeit auf 90 Millisekunden das herunterzubekommen. Und das ist der beste Algorithmen aktuell auf dem Markt und der schnellste für Token-Swaps auf unterschiedlichen Blockchains wie Ethereum bei der Smart Chain Polygon, Layer 2 wie Optimism, Abitron, auch Avalanche und Gnuss-Chain. Ja, so generell, ich mache auch Advising von unterschiedlichen Startups, zum Beispiel Gearbox-Jungs. TornadoCash sind auch meine Kumpels, wo ich dann auch denen so ein bisschen helfe bei ein paar Sachen. Open Protocol, das sind so Directives on Blockchain. Das sind halt so Bluechips, die jetzt kommen werden. Meiner Meinung nach, kein Financial Advice. Ich helfe, wo ich kann halt. Okay, gut, also ziemlich viel. Dein Crypto-Glanzlicht in den letzten zwölf Monaten, was hat dir kryptomäßig so am besten gefallen? Welcher Token, welche Münze? Generell ist es ja so, dass der Markt jetzt mal getroppt ist. Ja, aber das ist normal, das ist, wie es ist. Auch beim Stock-Market ist es auch so, dass da mal was runterfällt. Vielleicht Gearbox, was noch nicht transferbar ist, das kommt jetzt bald. Da ist DAO dahinter, also ein richtiger DAO von Anfang an. Aurora hat ziemlich gut performt. Das ist Aurora, das ist so ein Projekt, was halt auf der IBM-Kompatibilität, auf der Near-Blockchain quasi anbietet. Das ist sowas wie Blockchain in der Blockchain. Die waren gar nicht so schlecht. Opium, die sind halt noch ein bisschen so unter dem Radar. Ich glaube, die Raisin auch. Direktives, also quasi Optionen, Direktiven auf der Blockchain. Das ist es, was halt noch bis Ende des Jahres noch richtig rocken wird, meiner Meinung nach. Hast du NFTs gekauft in den letzten zwölf Monaten und wenn ja, welche und warum? Also ich kaufe öfters mal unsere NFTs, die von One-Inch-Teams erstellt werden. Also bei jedem Release gibt es immer so ein cooles NFT. Ich kaufe auch gerne meine NFTs. Die haben auch ein paar meiner NFTs veröffentlicht. Mit dem Drachen da und mit dem Crow-Style zu Halloween. Einfach für mich als quasi für Geschichte quasi. Erinnerung. Erinnerung, dass ich zeigen kann. Das war ich mal da. Ich kaufe normalerweise so gut wie keine NFTs. Was ich letztes Mal gekauft habe, war Take My Muffins. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Da gibt es so eine Zeichentrickfolge. Die wird auch bald starten. One-Inch-Foundation hat da auch einen Grant gegeben den Jungs. Sobald ich weiß, die bauen so eine Serie, die halt was mit Krypto hat. Und ist auch funny und so. Und da habe ich dann die ganzen, die Figuren habe ich da gekauft. Und ich bekomme ab und zu mal Offers, irgendwie für 90.000, das Ding zu verkaufen. Aber das mache ich jetzt nicht. Auch aus steuerrechtlichen Gründen. Da muss man in Deutschland ein Jahr lang halten. Wie lange du noch in Deutschland steuerpflichtig bist, Jage. Ich habe es dir ja angeboten. Du kannst es ja wechseln. Ja, das bin ich. Ich habe zwar eine Resident in Dubai inzwischen, aber trotzdem bin ich noch in Deutschland. Ja, aber es gibt ja gute Wege. Also man hält einfach ein Jahr lang und dann ist man halt steuerfrei, was Krypto angeht. Und ich finde es gut im Vergleich zu USA oder UK, das ist ein anderes etwas. Da hat man halt Vorteile, noch Vorteile in Deutschland, die das irgendwann mal ändern. Ja, da haben wir ja auch ein gutes Interview mit dem Professor Falko Tappen gemacht, seines Zeichensteueranwalts. Hast du im Kryptobereich im letzten Jahr, also in den letzten zwölf Monaten vielmehr, eher Gewinne oder eher Verluste gemacht? Ich habe mega Verlust gemacht bei einem Talk und ich kann es jetzt nicht nennen, was für eins ist. Ich habe mega viel Verlust gemacht, weil da gab es einen Drop von fast 90 Prozent bei dem. Normalerweise, ich versuche nicht zu traden. Gewinne technisch, ja, also ich habe ein paar Air-Drops bekommen von Gipcoin zum Beispiel. Klar, man muss auch gleich versteuern, wenn man es gleich verkauft. Das habe ich irgendwie gemacht. Ich habe irgendwie nachgedacht, ein Jahr lang zu halten. Das war halt, der Preis war ziemlich gut. Da dachte ich mir, ich nehme lieber die Hälfte und die Hälfte geht es halt ins Finanzamt. Aber alles halt so, wie es ist. Aber dafür habe ich mir ein Auto gekauft. Da ist immerhin. Was ist deine Meinung zu Bitcoin in El Salvador? Es ist interessant, ja, dass die in die Richtung gehen. Wenn die dann noch ein bisschen in Richtung DeFi gehen würden, würde es besser sein. Meiner Meinung nach. Mal sehen, was passiert. Sehr cool natürlich, wenn jeder halt irgendwie mit Stepbook-Tokens auf Ethereum-Social-Blockchain oder auf Layer 2 überall zahlen kann. Stell dir mal vor, da kommst du einen Kaffee, trinkst einen Kaffee. Der Ladenbesitzer, der macht zum Beispiel die One-Each-Wallet auf und sagt, okay, jetzt hier kannst du 5 Dollar zahlen. Also 5 Dollar für einen Kaffee. Und du scannst einfach einen QR-Kot und sendest über dein One-Each-Wallet. Das ist eventuell die Zukunft. Muss nicht unbedingt One-Each-Wallet sein, aber diese Funktionalität wollen wir bald rausbringen. Und das ist einfacher. Du hast keine Banken dazwischen, keine zusätzlichen irgendwelchen Geschichten, wo du noch fies zahlst. Außer halt vielleicht in Layer 2, zum Beispiel Sikker Sink, was kommen wird sehr bald, dass du da ein bisschen Transaktionskosten hast. Ja, und es geht halt einen Sekunden schnell. Das ist die gute Zukunft. Aktuelles Finanzsystem ist nicht effizient. Und wir beweisen langsam aber sicher mit DeFi, dass wir das viel, viel besser machen können. Kommst du mit nach El Salvador, um das dem Präsidenten vorzuschlagen? Ja, ich kann mal probieren. Ich bin ziemlich angespannt, wie du mich kennst. Ich habe auch meine Tochter und ich kümmere mich um sie auf zu 50 Prozent. Und ich versuche es, ja. Wäre cool natürlich. Was ich davor noch sagen wollte, es ist keine Revolution. Manche mal denken, es ist Evolution, würde ich behaupten. Das ist der nächste Schritt für das Weltfinanzsystem, ja. Sergi, dann danke ich dir für die Beantwortung der Fragen. Dann verabschiede ich mich von euch, von den Zuhörern. Und bis zum nächsten Mal. Dann verabschiede ich mich von euch, 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 Vielen Dank.